So könnte das Spiel Argentinien gegen Kroatien laufen. Das ist meine Traineranalyse und wie es ausgehen wird. Schauen wir uns zunächst die Argentinier an. Ganz interessant, in den Gruppenphasen bis inklusive Achtelfinale haben sie in der Grundordnung 4-1-2-3 gespielt. Aber ganz überraschend, im Viertelfinale gegen die Niederländer die Grundordnung gewechselt auf 5-3-2. Im Spielaufbau versuchen sie das Spiel flach zu eröffnen. Das heißt entweder trippeln einer der drei Innenverteidiger an den Stürmern vorbei oder sie versuchen es über das Passspiel zu lösen. Ich denke aber, der Schwerpunkt wird sein, wie die Argentinier verteidigen. Denn das haben sie gegen die Niederländer richtig gut gemacht. Es ist davon auszugehen, dass sie wieder in der Fünferkette spielen. Daher vorzuheben, Otamendi, der 16 Balleroberungen als Innenverteidiger hatte. Die beiden Außenverteidiger, die sehr offensiv agieren. Hier auf der rechten Seite Molina, der ein Tor erzielt hat und auf der anderen Seite Acuna, der ein Tor vorbereitet hat, der aber im nächsten Spiel gesperrt ist. Aber mit Talia Fico sie einen richtig guten Ersatz haben. Dann vor der Kette einer der Shootingstars der WM, Fernandes und die zwei Abräumer McAllister und De Paul, beispielsweise von Atletico Madrid, der von Diego Simeone das Verteidigen natürlich gelernt hat. Und nicht zu vergessen im Sturm Messi, der Dreh- und Angelpunkt. Die Verteidigung wird in der Regel sehr viel Bälle erobern, sind sehr zweikampfstark, vor allem wenn es am Boden geht. Und dann nehmen sie einen mit ins Spiel nach Eroberung, suchen sie Messi. Die Außen-Schienenspieler werden mitmarschieren und dann versuchen sie es auch spielerisch nach vorne zu lösen. Fernandes, der Sechser vor der Kette, bleibt ganz tief, nicht wie bei vielen Mannschaften hier auf der gleichen Höhe wie McAllister und De Paul, um immer wieder nach hinten aushelfen zu können. Letzter Punkt, Torwart Martinez, einer der besten Torhüter bei der EM und noch wichtig, 51.000 Argentinier im Stadion, im Viertelfinale gegen die Niederländer. Sprich, da wird eine Mannschaft mit ganz viel Herz, mit ganz viel Stolz kommen, wo jeder Spieler stolz ist, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Kommen wir nun zur kroatischen Nationalmannschaft. Da steht für mich ein Wort an erster Stelle. Mentalität. Eine Mannschaft, die aus vollster Überzeugung für ihr Land spielt, die das Trikot voller Stolz trägt und wirklich gemeinsam versucht, das Herz auf den Platz zu lassen. Aber nicht nur die Mannschaft hat die Mentalität, sondern man hat bei den Kroaten das Gefühl, die ganze Nation steht dahinter. Egal ob im Land oder wo auch immer, Menschen aus Kroatien über die ganze Welt verteilt sind. Auch bei mir in der Community, wenn ich mir durchlese, Brasilien gegen Kroatien, über 700 Kommentare, zeigt einem natürlich großer Zusammenhalt, der sich mit Sicherheit auf die Mannschaft überträgt. Kommen wir aber nun zum Inhaltlichen. Interessant, die Kroaten stehen für mich für extrem viel Ballbesitz, für Kreativität, für kurze Kombinationen. Und da kommen natürlich drei Namen auf das Tablett. Auf der einen Seite Kovacic, Modric und Brozovic. Interessant, wenn man die Passkombinationen anschaut, sind die Pässe, die am häufigsten gespielt werden, immer in Verbindung mit Modric, der entweder Brozovic mit ins Spiel bringt, Kovacic mit ins Spiel bringt oder natürlich Lovren, der auf seiner Seite spielt. Wie kreiert die kroatische Nationalmannschaft in der Regel ihre Chancen? Sie schieben beide Außenverteidiger nach oben und versuchen über dem Flügel ins letzte Drittel zu kommen. Und das beweisen auch die Werte. 52% der Angriffe über die linke Seite, 45% der Angriffe über die rechte Seite und nur in Anführungszeichen 3% der Angriffe übers Zentrum. Ihre Stärke ist also über den Flügel entweder flach oder hoch ins Zentrum zu spielen und dann ihre Kopfballstärke oder aber auch ihre Kreativität ins Spiel zu bringen. Zweiter Punkt, der bei den Kroaten auch sehr spannend ist, ihr Defensivverhalten. Und jetzt wische ich mal hier die drei in der Mitte weg. Wie haben sie es geschafft, die Brasilianer da aus dem Spiel zu nehmen? Und ich kann mir vorstellen, dass es im Spiel gegen die Argentiner genauso laufen wird. Sie haben mit Kovacic und Brozovic auf der Sechs gespielt und ganz wichtig war in dem Fall Modric, der komplett Casimiro aus dem Spiel genommen hat. Und wenn man sich die Argentinier anschaut, dort wird Fernandes spielen. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass die Kroaten in der Defensive im 4-2-3 einspielen und in der Offensive im 4-1-2-3 spielen, um ihre Stärken auf den Platz zu bringen. Legt man die beiden Mannschaften übereinander und versucht ein Spielszenario zu kreieren, wird wahrscheinlich Folgendes passieren. Zum einen verfügen beide Mannschaften aus meiner Sicht über einen überragenden Torhüter. Glivakovic bei der kroatischen Nationalmannschaft, Martinez bei der argentinischen Nationalmannschaft. Ich denke, dass die Argentinier bei ihrem 5-3-2, das ja auch gegen die Niederlande gespielt hat, bleiben werden und die kroatische Nationalmannschaft etwas tiefer empfangen werden. Sprich, sie werden tief verteidigen. Auf der anderen Seite, die spielstarke kroatische Nationalmannschaft wird über dieses Dreieck in der Mitte, Modric, Brozovic und Kovacic versuchen, den Ball zirkulieren zu lassen, um die Argentinier in Bewegung zu bringen. Entscheidend wird aber sein, wenn sie nach vorne spielen, und ich glaube, das sieht man hier am Flügel relativ gut, dass sie hier diesen doppelt besetzten Flügel sich zunutze machen, um über dem Flügel ins Zentrum reinzukommen. Denn eines ist auch klar, die Argentinier sind eine sehr kleine Mannschaft. Der größte Spieler in der Abwehr, der rechte in der Dreierkette, ist 1,85, Otamendi in der Mitte ist nur 1,80 und die restlichen Spieler, die haben nicht mal die 1,80. Insofern besteht ein Größenvorteil definitiv der Kroaten gegenüber den Argentiniern und das Spiel über die Flügel wird entscheidend werden. In der Defensive müssen die Kroaten aber aufpassen, dass sie einen, und das ist ja logisch, Messi in den Griff bekommen. Und da stechen drei Spieler heraus, die immer wieder mit dem flexiblen Messi es zu tun haben werden. Zum einen mit Guardiol, der direkt als Innenverteidiger mit Messi in den Kontakt treten wird. Wenn Messi sich ins Mittelfeldzentrum fallen wird, wird Brozovic der sein, der mit Messi es zu tun haben wird. Oder wenn Messi sich auf die Achterposition fallen lassen wird, wird es Kovacic sein, der es mit Messi zu tun haben wird. Sprich, wie können die Kroaten die Argentinier schlagen, Flügel, Flanken in die Box und Messi aus dem Spiel nehmen? Und umgekehrt, die Argentinier können dann die Kroaten schlagen, eben wenn sie ihre Mentalität, ihre Aggressivität auf den Platz bringen, Messi ins Spiel bringen und vor allem dann im Umschaltmoment die starken Außenverteidiger mit nach vorne gehen. Was mich ganz persönlich an diesem Spiel freut, ist einfach, dass zwei Mannschaften mit einem riesen Herz aufeinand treffen, wo wirklich ein richtiger Fight entstehen wird, wo es nicht nur um taktische Sachen geht, sondern auch wirklich, man sieht, dass alle Spieler total stolz sind für ihr Land zu spielen. Deshalb, schwierig vorauszusagen, nochmal, Messi wird der Faktor sein, der dazu führen könnte, dass Argentinien gewinnt. Das Team von Kroatien in Summe wird der Faktor sein, dass Kroatien gewinnt.